Unity's Fenster sind vielfältiger als alle Insektenarten dieser Welt. Es wird also Zeit, sie kennenzulernen. Nach der Installation in der nächsten Folge wird es heute also etwas spannender, oder zumindest wenn ihr Rentner seid, die sonst nur irgendwelche Schlagershows gucken. Dennoch ist die heutige Folge extrem wichtig, denn es geht um den Aufbau von Unity und wenn ihr den nicht gut kennt, dann findet ihr euch nicht zurecht und das wäre natürlich ziemlich doof. Ich werde das Ganze trotzdem nicht unnötig in die Länge ziehen und das als hoffentlich kurze Folge eben halten, in der ihr trotzdem das Nötigste lernt. Es kommen auch ein paar neue Begriffe dazu, deswegen spitzt schön die Ohren. Wir fangen also direkt mal an mit dem Fenster, was hier so unscheinbar unten am Bildschirmrand klebt. Das sieht ja erstmal schon irgendwie so ein bisschen aus wie so etwas hier. Das kennt ihr also von eurem PC ganz sicher, sprich einfach so eine Ordnerstruktur, in der auch schon ein Ordner drin liegt. Und das ist auch nichts anderes, denn ich habe ja schon in der letzten Folge erklärt, unser Projekt, das liegt hier irgendwo auf dem PC in einem Ordner und da liegen ja noch ein paar Unterordner drin, die brauchen wir nicht alle, aber einer davon, der ist extrem wichtig und das ist dieser Assets-Ordner. Und Assets ist auch ein ganz zentraler Begriff, zumindest jetzt hier für uns in der Spieleentwicklung, denn Assets bezeichnen generell alle Projektdateien, die irgendwie zu unserem Spiel gehören, sprich Grafiken, Sounds und so weiter. Alles wird als Assets bezeichnet und deswegen gibt es auch speziell diesen Ordner, um die zu verwalten. Und wenn wir mal reingucken, dann sehen wir hier schon, liegt hier ein Ordner, der heißt Scenes und irgendeine Metadatei, die wird hier nicht mit angezeigt in unserem Projekt. Das ist also so etwas wie, ich sage mal, eine Optionsdatei oder eine Verwaltungsdatei, die wir deshalb gerade ausgeblendet bekommen. Was uns aber auffällt, dieser Assets-Ordner, den wir jetzt hier auch in Windows haben, der ist hier dargestellt und das ist die Aufgabe von diesem Fenster. Das ist nämlich der sogenannte Project Explorer. Sprich, von hier können wir ganz schnell auf unsere Projektdateien zugreifen und bisher ist das ja natürlich noch relativ leer. Es gibt aber schon diesen einen Ordner, wie ich eben gesagt habe, nämlich den Scenes-Ordner. Das heißt so viel wie Szenen und hier liegt auch schon so eine Szene drin. Erstmal aber gefragt, was ist denn eine Szene? Ich habe ja schon in der letzten Folge erklärt, was ein Projekt ist und eine Szene, die könnt ihr euch generell vorstellen wie ein Unterpunkt in diesem Projekt, also in unserem Spiel. So kann zum Beispiel in einem Spiel eben ein Level oder ein Menü eine eigene Szene haben. Wichtig ist aber, dass auch ein Spiel am Ende in einer einzelnen Szene angelegt werden kann. Sprich, wir könnten jetzt, wenn wir ziemlich doof wären, einfach das ganze Spiel in eine einzelne Szene packen. Das würde aber keiner machen, bei einem großen Spiel zumindest nicht, denn es ist immer sinnvoll, das Ganze zu gliedern in die einzelnen Szenen. Dafür sind sie nämlich da. Auf jeden Fall seht ihr diese Scene, die sich hier automatisch generiert hat. Die bezeichnet die Szene, in der wir aktuell sind und die wollen wir einfach mal umbenennen. Das geht ganz einfach hier mit einem Rechtsklick und dann Rename und die nenne ich zum Beispiel einfach mal Game, also wie Spiel. Und wenn wir das machen, dann müssen wir hier auch einfach mal neu laden, damit das auch übernommen wird und dann haben wir das umbenannt. So können wir uns also besser zurechtfinden. Und jetzt ist schon dieser Begriff Scene gefallen. Ich denke ansonsten die Ordnerstruktur, das ist relativ klar. Sprich, hier können wir dann ganz schnell drauf zugreifen und eben Dinge ablegen oder wieder rausziehen. Das ist relativ easy. Aber was nochmal wichtig ist zu der Scene, ist der sogenannte Scene View. Das ist nämlich das riesige Fenster, was euch wahrscheinlich auch direkt hier ins Auge fällt, in der Mitte des Bildschirms fast. Was so ein bisschen aussieht wie eine sehr, sehr leere Welt. Ich habe ja eben schon gesagt, dass die Scene eben einen einzelnen Teilabschnitt bezeichnet. Und hier ist dieses Scene dargestellt. Krass, oder? Stellt euch das Ganze erstmal vor wie so ein Baukasten. Sprich, hier in diesem Scene View können wir uns frei bewegen, wir können Dinge verändern und das Spiel ganz, ganz grundsätzlich einrichten. Und alles, was in dieser Scene eben drin ist, das ist eben auch später für unser eigentliches Spiel dann relevant. Trotzdem jetzt nicht verwechseln. Das, was wir hier sehen, ist noch lange nicht unser fertiges Spiel. Das ist ganz wichtig. Und das will ich euch auch schon mal erklären. Es gibt hier irgendwie so zwei komische Symbole. Das eine sieht so ein bisschen aus wie Rainer Kallmund und das andere irgendwie wie so ein Dildo. Das wurde also automatisch hier abgelegt. Und ich will jetzt gar nicht zu weit greifen, aber merkt euch einfach mal, wir haben ja beim Erstellen des Projekts entsprechend schon eine Voreinstellung getroffen für ein 3D-Spiel und da wurden diese beiden Sachen reingelegt. Das eine ist in dem Fall die sogenannte Camera. Camera steht in dem Fall wirklich, wie man es ins Deutsch übersetzt, für eine Kamera. Sprich, die filmt das Spiel. Seht es also so, das, was die Kamera am Ende sieht, das könnt ihr auch als Spieler sehen. Also ihr folgt sozusagen dieser Kamera durch das Spiel oder durch die Spielwelt hindurch. Und das zweite ist ein Licht, damit ihr auch irgendetwas seht. Das ist also so ein bisschen die Beleuchtung, die standardmäßig gesetzt wird. Natürlich können wir das dann später alles nach unseren Wünschen eben einrichten. Was aber nochmal kurz für euch ganz cool ist, ist, wie wir uns in dieser Szene bewegen können. Das könnt ihr also gerne mal ausprobieren. Primär, damit ihr euch überhaupt mal herum bewegt, müsst ihr einfach euer mittleres Mausrad drücken. Also nicht irgendwie scrollen, sondern reindrücken. Und wenn ihr das macht, dann wird eure Maus, ihr seht es schon, zu so einer Hand und dann könnt ihr hier so umherfahren. Das ist also ganz cool. Und wenn ihr die linke Maustaste gedrückt haltet, dann seht ihr, dann könnt ihr hier so markieren, wie ihr es vielleicht kennt. Damit umfasst ihr dann sozusagen mehrere Dinge, die in der Szene drin liegen. Das ist erstmal nicht so wichtig. Was aber noch cool ist, zumindest bei einem 3D-Spiel, weil 2D ist es dann natürlich nicht so sinnvoll, ist das Drehen. Das macht ihr, wenn ihr die rechte Maustaste drückt. Dann seht ihr, dann dreht ihr euch hier so umher und könnt euch in der Szene frei umgucken. Probiert damit einfach mal ein bisschen rum, damit ihr das in eure Übung bekommt. Mit dieser Scene-View, so heißt das Fenster, werden wir uns auch nochmal ausführlich beschäftigen. Merkt euch erstmal, es ist nur wichtig, dass ihr wisst, dass hier dieser Baukasten für euer Spiel dargestellt wird. Also wirklich so als freie Ansicht. Ich habe ja schon gesagt, das ist allerdings nicht das fertige Spiel, wie es am Ende aussieht. Das sehen wir nämlich in einem Fenster, was hier in dem Sinne drunter liegt. Ihr habt nämlich hier oben so verschiedene Unterpunkte. Wir sind jetzt eben in diesem Punkt, der Scene heißt. Das steht wie gesagt für den Scene-View, also die Szenenansicht. Aber dann haben wir auch noch den sogenannten Game-View, sprich die Spielansicht. Und wenn wir da mal draufklicken, dann sehen wir, sieht das Ganze relativ leer aus. Das ist aber nicht weiter verwunderlich. Wir haben ja immerhin erst ein leeres Spiel geschaffen. Ihr könntet jetzt vielleicht fragen, warum sieht das Ganze schon mit einem Himmel so dargestellt aus. Das hat einfach mit den Voreinstellungen zu tun. Die haben sich ja generiert, als wir ein 3D-Projekt eben ausgewählt haben. Und dementsprechend können wir hier auch schon so einen schönen Himmel sehen. Das Spiel starten wir dann eben am Ende über diesen Play-Button hier oben. Das können wir auch schon mal machen. Wir haben dann auch die Möglichkeit, das Spiel einfach zu pausieren oder wieder zu stoppen, indem wir nochmal draufklicken. Denn ihr habt jetzt auf jeden Fall gesehen, in diesem Game-View spielt sich alles ab. Jetzt entsprechend noch nicht, da ja noch nichts passiert. Gut, wir haben ja noch nichts gemacht in unserem Spiel. Das wird sich aber auch noch ändern. Und dafür haben wir noch zwei weitere wichtige Fenster, die wir hier eben zur Unterstützung zur Verfügung haben. Und das erste davon, das sehen wir hier links. Das ist die sogenannte Hierarchy. Hierarchy, also im deutschen Hierarchie, gibt uns eine bestimmte Übersicht über verschiedene Dinge, die in unserer aktuellen Szene drin liegen. Wir haben ja hier oben schon mal einen Oberbegriff. Da steht jetzt Game. Das ist entsprechend der Name unserer aktuellen Szene, die wir eben umbenannt haben. Das ist also ganz wichtig. Da steht dann bei euch der Name, der aktuell geladen ist oder wie ihr es eben umbenannt habt. Und so wird das auch immer sein, damit ihr eben seht, in welcher Szene ihr seid. Und wie schon gesagt, hier sind dann verschiedene Dinge aufgelistet, die in unserem Spiel sind. Das kann dann alles mögliche sein. Spieler, Gegner, Bäume oder Pringles, Sweet Paprika. Boah, die sind so lecker, ne? Was auch immer es ist, es liegt in dieser Hierarchy drin. Wie schon gesagt, merkt euch das erstmal. Es ist ähnlich wie eine Liste. Wir werden aber später noch sehen, es hat noch eine genauere Untergliederung. Das werden wir aber uns nicht heute angucken. Heute müsst ihr erstmal nur wissen, es liegen Dinge drin. Und wie wir vorhin gesehen haben, ich habe ja schon gesagt, die beiden Symbole sind einmal die Kamera, die ist hier schon drin, und dieses Licht. Das ist ein bisschen komisch benannt, aber das sind eben grundsätzlich die beiden Sachen, die hier schon abgelegt wurden. Die könnt ihr also auch schon sehen. Gut, und das letzte Fenster, das ist hier rechts an der Seite, sieht erstmal sehr leer aus. Und ihr seht, hier oben steht Inspektor. So heißt dieses Fenster. Und vielleicht kennt ihr ja aus irgendeiner coolen Detektiv-Fernsehserie so einen Schief-Inspektor, der also wie ein Detektiv die Dinge genauer untersucht. Und dafür ist auch dieser Inspektor da, das könnt ihr euch merken. Sprich, die Dinge, die in unserer Szene liegen, die können wir damit genauer untersuchen. Wie genau das funktioniert, gucken wir uns später noch an. Nur mal damit ihr seht, dass der Inspektor nicht nur leer und sinnlos rumsteht, können wir ja nochmal unser Licht hier anklicken. Und dann sehen wir, haben wir hier eine sehr, sehr krasse Übersicht. Das sieht also verwirrend aus, aber lasst euch davon nicht irgendwie verwirren jetzt an der Stelle. Das ist am Ende alles total easy. Wir gucken uns das in den nächsten Folgen dann genauer an. So, das sind also die wichtigsten Fenster erstmal zusammengefasst. Sprich, nochmal als Zusammenfassung der Project Explorer, um die Dateien zu verwalten. Scene View als Baukasten und Game View als Spielansicht. Und die Hierarchie, wo alle Sachen aus der Szene aufgelistet sind. Und unser Inspektor, um die genauer zu untersuchen. Zwei Fenster will ich zum Schluss noch kurz vorstellen. Die werden wir nicht oft brauchen, aber dann später wahrscheinlich schon. Zumindest das allererste Fenster wird bei der Programmierung notwendig. Das liegt hier wie eben der Game View quasi versteckt unter unserem Project Explorer. Das ist nämlich die Konsole. Die Konsole, die nutzen wir fürs Programmieren. Da werden dann Fehlermeldungen zum Beispiel ausgegeben. Wir können aber auch eigene Nachrichten in die Konsole schreiben. Das werden wir uns angucken. Das wird also dann ganz sinnvoll. Nur damit ihr schon mal wisst, wo die liegt. Die ist hier unter dem Project Explorer. Und ein weiteres Fenster, was wir uns angucken können, ist der Asset Store. Der hier unter dem Scene und Game View noch mit liegt. Das ist so eine Art Shop von Unity. Da können also Leute Assets anbieten. Was Assets sind, wissen wir ja jetzt. Also ihr seht schon hier rechts, das geht von 3D und 2D Sachen bis hin zu Sounds oder irgendwelchen Anwendungen, die ihr nutzen könnt. Einiges davon ist leider ein bisschen überteuerter als irgendeine Uhr. Manches ist aber auch kostenlos. Deswegen, wenn ihr da noch nicht irgendwie für euer Spiel Sachen habt, dann könnt ihr euch hier jederzeit umgucken. Da muss man nur immer ein bisschen aufpassen mit den Lizenzen, die da vergeben werden. Ich persönlich nutze den Asset Store eher selten. Und auch für das Tutorial müsst ihr dann natürlich kein Geld rauswerfen. Da stelle ich euch dann natürlich die Sachen bereit, die ihr eben braucht für die einzelnen Folgen. Gut, das wäre es also mit den Fenstern grundlegend. Schaut euch also nochmal in Ruhe alles hier an. Versucht euch ein bisschen durch die Scene View zu hangeln. Und dann werdet ihr, denke ich, gut damit zurechtkommen. Ihr müsst euch die Begriffe natürlich nicht zwingend merken. Ihr müsst wirklich nur wissen, was die Fans da eben machen, wenn ich über sie rede. Das ist also der Kernpunkt dieser Folge. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich selbstverständlich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen, damit du nichts mehr verpasst. Schau aber auch unbedingt auf meiner Website, meinem Discord und auf Twitter vorbei, um noch näher an mir dran zu sein. Zuletzt ein ganz großes Dankeschön an alle, die mich in diesem Monat über Patreon unterstützt haben.